Leute, mein Name ist Meisterdeh, Mr. Mysterium und heute sind wir beschäftigt, wir wollen das Infinite Play wieder kreieren. Gorn, nur über dich lachen. Okay, wohin gehen wir? Da. Meisterdeh, ich muss mich hier. Hab markiert, euer verdammter Bug. Ciao. Okay, sie haben doch meine Markierung gesehen. Auf der Katze, aber auf der Katze sehe ich auch seine Markierung. Aber normal nicht. Ich sehe meine auch nicht. That's very strange. Ich sehe meine auch nicht. Very strange. Da guck ich sehe aber nicht. Let's go. Aber meine auf der Karte sehe ich nicht. Lol. Hm, niedergeknüppelt wurde einer da. Das ist halt so ein Bug. Ich schaffe es, glaube ich, nicht mehr. Hierin. Weiling. Lol, warte, was macht der eine Typ da? In Weiling. Aber... Hinter unten für Kiste hol sie. Ja, genau. Gönnt euch. Und ich Meisterdeh. Ich und Meisterdeh hier. Hier. Ja. Mal lock's eben. So. Ihr wisst doch, dass man normalerweise Schaden kriegt, wenn man hier runter springt. Aber es gibt einen Trick. Zack. Meisterdeh, wenn du den Skar brauchst, die liegt hier. Ja. Hier. Dann sind wir nicht mehr davon aus. Ich bin schon bei dir. Aber das ist es... Aber... Aber... Wann da? Wann da? Oh, das muss los, muss. Oh, das muss los, muss. Oh, das muss los, muss. Wer will in der K? Da weiß ich auch nicht. Ich hab sonst K. Oh, oh, ich glaub hier war schon jemand. Ich geh mal in das Hotel. Oder wie das heißt, Alter? Ähm, das war ein... Oh, das steht da nicht. Nice. Oh, da spricht jemand. Ja, das ist der Typ. Ey, wer will in der Pump? Wer will in der Pump? Wer will in der Pump? Warte, sei mal leise. Ich spreche deutsch. Boah. Ja, okay. Äh... Wir sollten dir dafür sagen, wer ähm... Da war es dieser meiste D, der macht ne Aufnahme. Also... Ähm, der... Ja, der ist YouTuber. Jupp. Genau. Ja, okay. Dann wundert dich auch nicht, wenn du auf YouTube... Ist das für dich okay, YouTube? Wundert dich auch nicht dann, wenn du auf YouTube bist, weil er macht ein Video. Du... Müssen mal... Müssen wir auch nachholen. Dann bist du sauer? Bist du sauer? Bist du sauer? Oder willst du erst nicht aufgenommen werden? Äh, ich weiß nicht. Eigentlich würde ich nicht, wenn er Fischer oder nicht ein Gegner... Komm bitte zu mir, Alter. Okay, lass zu ihm. Lass zu ihm. Lass zu ihm. Du bist alles hier. Let's go. Niemand wird zurückgelassen. Ja, ja, ja. Ich bin... Ich bin... Bei mir steht, du bist lila... Und du bist ein Trader-Strocks. Er hat auf mich gemein. Nein. Ich bin... Zwei auf einen... Hä? Ich bin nicht. Ja, ich weiß. Komm nicht. Lass. Komm mir mit. Looooool. Ich bin doch nicht. Ey, wo ist Meister D hingegang? Surprise, bin weg. Loll. Was ist das? Guck mal auf der Katze. Hallo. Ja, du bist weit weg. Ich wollte ihn retten. Ich wollte ihn retten. Das ist alles. Ich geh einfach zu Meister D. Ist mir egal. Ich auch. Lass. Meister D. Oh, Meister D ist sogar in der Zone. Ja, okay. Wie heißt immer das... Ähm... No, ne... Ähm... Hä, bist du los? Loll. Jetzt hat's wieder gewechselt. Der... Wer hat sich wieder hochlein, er hat jetzt nicht wirklich was gesagt. Der Fisch tanzt. Wenn irgendwas ist, dann geh ich halt hoch. Der Fisch tanzt. Oh. Oh. Ähm... So. Ey, Digga, bei mir gebacktes. Sowas von heftig. Falscher Raum. Guck mal. Ach so. Ich seh schon ein weißer D auf dem Turm, Alter. Holzturm. Hallo. Bei mir steht, du bist da. Hä? Sogar hä? Bei mir ändern sich die Farben die ganze Zeit. Hey, bei mir auch. Du willst nicht. Oh mein Gott, Blauma. Herr Lama. Nice. Gönn dir. Loll. Loll. Was ist? Bei mir sind die... Die... Herr Lama. Die Fahr... Bei mir sind die Fahrzeuge einfach... Du... Und ich... Fahr... Lell. Pfff... Pfff... Sorry. Pfff... 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 Ähm... Wie geht das jetzt? Hat Meister das D schon das Schwert? Nö. Nein. Ich hab ihn gefragt. Der kann gar nicht transporten. Er ist mehr... Äh... Äh... Was weiß ich. Also ich will jetzt nichts sagen. Weil ich weiß das nicht. Alles. Ska alles. Point. Wow. Meister, der ist da okay. Ob der... Ob der Schlatt? Der Leiter ist. Ja. Na... Oh... Ausgerüstung. Hier noch Munitionsküste. da sind die die kommen weiß ich hatte ich komm zu ja okay 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 lass ich lass zu ihnen gehen weil vielleicht wird er auch mehrere das kann auch noch riesiges problem sein ja das kann ein problem werden wo hattest du Warte, vielleicht trifft er mich. Hä? Boi. Wow. Hä? Das ist egal. Airdrop. Lass mich mal ausprobieren. Lel. Weiß nicht. Der schießt nix. Leute. Ich mach mal ein paar Fußballtricks. Was ist? Achso, ist Feuer nur. Okay, wo sind... Ey, da ist Lagerfeuer, okay. Ist das... Ja, ist das... Ja. Wollte ich gerade sagen. Verbran mir nicht. Verbran mir nicht. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Oh mein Gott. Wir werden jede Waffe brauchen gegen diese Infinity- Infinity- Schwertnutzer. Hat das so geil, mein Ballon? Ach, ist echt? Oh. Ich hab aus dem Sinn getanzt. Ich kenn da die getanzt. Ich auch. Sieht das geil zu geil. Den hatte der schon vorher. Beim ersten Arbeiten ist es offenbar. Ja, den hab ich schon. Wir tanzen alle den gleichen Tanzen, ne? Jakob, lass auf drei zusammen machen. Okay, warte, warte. Drei... Nein, nein, warte. Eins, zwei, drei. Ja! Mehmet! Nein! Mehmet, wir haben den! Warte, Mehmet, das... Meister, die sagt nein. Meister, die sagt nein. Okay. Drei, zwei, eins. Warte. Warte. Eins, zwei... Oh. 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 Ich hab die weisse Idee geblieben. Sorry. Warte, ich hoffe, ob ich... Ja, stimmt. Ja. Ja! Nein, umsch. Hört. Mach dazu Fußvolltricks. Oh. Das sieht halt geil aus, ne? Da vorne ist Schwert, da vorne zwei Schwerte. Aufpassen, ich bin jetzt nicht drauf. Das eine, das eine, das eine wurde geholt und das liegt jetzt noch da. Da, da, da. Da siehst du diese Strahle da oben? Wartet, Leute. Nee, Meister D kriegt das, Meister D. Aber wir müssen als erstes Meister D fragen, ob wir eigentlich dahin dürfen. Nein, und nicht angreifen. Wenn ja, dann tanzen. Ja, der will. Na, der, okay. Komm, weiß der D. Oh, das ist doch weit weg. Äh, ich. Ja, da hinten. Das, da ist, das hin. Zwei Millionen Kilometer. Ey, warte, ist hier ein Flugzeug? Nein. Ja, okay, das muss der Sein beim Sein. Ich war so, 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 und so. Ja, sag mal von so. Oh, hast du gesehen? Junge, was geht's denn? Ja, die kämpften da. Ich gehe zum Meister D. Ja, ich hab den Headshot gedrückt. 100er Headshot. Nein. Leute? Der eine ist One-Shot. Ich hab den 100er Headshot gedrückt. Hm. Leute, wir sitzen ein bisschen in der Klemme. Kein Problem. Die haben da irgendwo geboot. Wo war das? Junge. Wann los? Hä? Ah, da. Ja, der eine haut ab. Kollege. Ja. Ja, okay. Ja, was ist... Ja, komm, Rift, Meeme, komm her. Rift. Rift. Was, Meister D. Komm. Warte, da... Hier, ey, da sind noch Schwerter. Wir gehen... Oh mein Gott, was? Ich... Ich helf's. Lass mich weiter. Schau mir das ein. Nein, Meister D. Nein, da sind Gegner. Da sind Gegner. Nein, da sind Gegner. Nein, da sind... Lass mich loschen, irgendwie. Ich liess da hin. Ha! Bei mir. Junge! Hä? Junge! 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 Hier ist er. Lass uns deine Position öffnen. Bisschen. Perfekt. Lass uns lenken ein bisschen ab vielleicht. Ja, ich hab ihn im Schaden gebeten. Ja, mach's so weiter. Meister D, du schaffst es. Komm, du machst es. Komm, Meister D. Oh. Komm, komm, bitte. Oh, Ehrenmann. Ehrenmann. Super, super, super. Oh, noch. Meister D. Einer, 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 Einer. Ist so. Ja, guck, ich geb dir Schild. Was? Nur noch einer. Nur noch einer. Nur noch einer. Nur noch einer. Ey, Leute, Leute. Leute, müsst ihr jetzt defensiv spielen. Ich, ich, ich hab Schmerz, ich hab Schmerz. Ey, ihr habt den Meister D, der ist halt. Ich hab Schmerz. Nein, 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 nein. Zusammen. Nur noch einer. Ja, okay, den rasieren. Wir kommen. Kannst du nicht nur? Warte, der hat sich in der Base gebaut. Der ist alles abschließend. Okay, perfekt. Der sollte jetzt aber runterfallen, glaub ich. Ah, nee, der war da nicht. Ja, ich bin hinter die Meister D, gut. Okay, okay. Niemand holt sich jetzt den Hut aus. Zusammen bleiben. Ja, zusammen darf sich hin. Wo ist der? Zusammen bleiben. Wir müssen jetzt aufpassen, ne? Dass das... Oh, oh. Oh mein Gott. Was? Ich geh anreifen. Warte, ich helfe dir. Los, mach den. Ja, super. Nein, Meister D war schuld. Egal. Dafür gewonnen. Oh mein Gott. Ich bin schuld. Ich bin schuld. Ich bin schuld. Super, Leute. Super, super, super. Ey, Meister D ist auch... Oh, der... Geil. Nice, nice, nice. Jetzt kann ich auf jeden Fall nicht glauben. Super. Foto, 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 Foto. Mach du? Oder ich? Ich hab tausende gemacht. Ich hab gemacht. Super, Leute, super. Schickt mir. Okay, komm, lass den Lobby. Na, ja, ja, ist super. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich geh zu den Lobby. Komm, Meister D, gehen auch zu den Lobby. Nimm Saas, Mababuuu. Ich liebe den Schwertmodus. Auch wenn ich das Schwert nicht hatte. Es war genial. Go ahead. warte wo habe ich super gemacht super leute falls euch das video gefallen hat lassen da nach oben da und zwar wohl nicht vergessen und die glocke aktivieren wir sehen uns beim nächsten mal kann es kaufen dabei ich kann mir diese scheißplätze kaufen kannst du mir mal nein ich habe mir verschenkt ey leute wir haben es wirklich wir haben es wirklich geschafft